Ich möchte zunächst erst einmal die grundlegenden Formatierungen innerhalb der Tabelle vorstellen. Dazu gehört die Anpassung von Breite bzw. Höhe von Spalten und Zeilen, aber auch die Formatierung des Textes innerhalb der Tabelle. Die Breite einer Spalte kann ich ganz einfach einstellen, indem ich mit dem Mauszeiger über die Linie gehe, die ich verschieben will. Der Mauszeiger ändert dann das Aussehen und wenn ich diese Linie festhalte, kann ich sie verschieben. Bei der Wahl der Breite sollte ich mir überlegen, was alles in diese Spalte hinein soll. Das Datum braucht zum Beispiel hintendran nicht sehr viel Leerplatz. Was natürlich nicht Sinn macht, ist, dass ich die Spalte hier bei dem Datum so klein mache, dass das Datum hier umgebrochen wird. Deshalb gerade so anpassen, denn man wird in den anderen Spalten sehr viel mehr Inhalt benötigen und deshalb macht man das Datum oder die Datumspalte so schmal wie möglich. Die Spaltenbreite passe ich auch bei den anderen Spalten einmal an. Ich kann übrigens nicht nur über dieser Linie hier die Spaltenbreite verändern, sondern auch noch hier oben in dem Lineal. Auch da kann ich die Position der Linie der Tabelle verändern. Innerhalb der Zeilen die Höhe kann ich genauso verändern, sowohl indem ich einfach diese Linien anfasse und verschiebe, als auch über dem Lineal hier auf der linken Seite. Das sollte man aber eher nicht machen. Erstens mal ist es meist so, dass man die Höhe der Zeile anpasst aufgrund des vorhandenen Textes. Wenn man stattdessen aber gleich hohe Zeilen haben will, dann sollte man eher die Zeilen, die gleich hoch werden sollen, markieren und dann mit einer bestimmten Höhe versehen, weil von Hand wird man das wahrscheinlich nicht so genau hinbekommen. Man kann eine Spaltenbreite natürlich auch noch nachträglich verändern, wenn man festgestellt hat, dass zum Beispiel eine Spalte mehr Inhalt hat und sie dadurch sehr viel länger wäre als die anderen Zeilen, hier wie das der Fall ist. Dann lohnt es sich, das natürlich entsprechend anzupassen, dass es gleichmäßig verteilt aussieht. Nun zur Formatierung des Textes innerhalb der Tabelle. Ich kann wie einen ganz normalen Text Teile meines Textes markieren und zum Beispiel Zeichen formatieren. Ich kann aber auch mehrere Absätze wie bisher formatieren, das heißt Abstände einfügen oder wie hier jetzt zum Beispiel auch Aufzählungszeichen verwenden. Das ist also ganz genauso wie in dem normalen Text. Will ich zum Beispiel mehrere Zellen auf einmal formatieren, dann muss ich das nicht nacheinander machen, sondern ich kann mehrere Zellen markieren, zum Beispiel indem ich jetzt für die Überschriften in die erste Zelle klicke, die Maustaste, die linke Maustaste festhalte und dann über alle zu verändernden Zellen hinüberziehe. Und dann kann ich auf einmal alles fett formatieren. Statt so mehrere Zellen zu markieren, kann ich auch eine andere Möglichkeit nutzen. Und zwar verändert sich der Mauszeiger, wenn ich links von einer Zeile bin und ich bekomme die Information, dass ich so eine ganze Tabellenzeile markieren kann. Das Ganze funktioniert auch mit Spalten, in diesem Fall, wenn ich also oberhalb der Tabelle bin. Wenn ich die Farbe hier verändern will in meiner Tabelle, also zum Beispiel die Überschrift oder auch einen Hintergrund, verändern will, dann muss man beachten, dass es drei Möglichkeiten gibt, hier eine Farbe zu verändern. Das eine wäre die Änderung der Textfarbe. Das mache ich hier über die Zeichenfarbe, indem ich da eine Farbe auswähle. Dann gibt es die Möglichkeit, den Zeichenhintergrund zu verändern. Allerdings ist das in diesem Fall dann nur da, wo der Text ist. Da ist dann auch der Hintergrund entsprechend gefärbt. Da ich das nicht will, mache ich das rückgängig. Wenn ich die ganze Zelle einfärben will, muss ich in der Werkzeugleiste für die Tabelle schauen. Und da findet man hier das Werkzeug Hintergrundfarbe. Vielleicht ein kleiner Tipp vorab. Man sollte die Farben hier etwas dezenter wählen. Das heißt, nicht zu knallig-bunt, sondern vielleicht einen leichten Grauton. Das sieht wesentlich besser aus, als wenn man hier so bunte Farben verwendet. Zuletzt möchte ich noch auf die Ausrichtung innerhalb der Zelle hinweisen. Zunächst einmal gibt es, wie bei Text üblicher, die Möglichkeit, Text zu zentrieren. Das kann ich zum Beispiel hier mit den Überschriften so machen, dass ich wieder die ganzen Zellen markiere, um das Ganze auf einmal zu verändern. und wie üblich hier mein Werkzeug verwende zum Zentrieren. Ich kann aber auch innerhalb einer Zelle die Höhe ausrichten. Das heißt zum Beispiel hier bei diesem Datum, ob es eben oben steht oder in der Mitte oder vielleicht auch unten. Dazu gibt es allerdings nicht hier oben die Möglichkeit, das Ganze zu verändern, sondern das ist eine typische Eigenschaft, die zu Tabellen gehört. Deshalb finden wir das hier unten in der Werkzeugleiste von den Tabellen. Und da gibt es hier diese drei Einstellungsmöglichkeiten, entweder oben anordnen, vertikal zentrieren oder eben unten anordnen. Das kann ich mit allen Inhalten durchführen, also zum Beispiel auch hier der Text kann ebenfalls in der Mitte angeordnet werden oder wenn ich ein Bild einfüge, dann gilt das genauso.